Hallo Leute, Willkommen zu Let's Play 14 von Lego Star Wars die komplette Saga. Ja, ich denke mal wir sehen uns einfach gleich nach den Intro. Kapitel 2 der Kanzler in Gefahr Die Charaktere sehen mir jedenfalls ordentlich aus. So, ich denke mal wir sehen uns einfach dann, weil das ja einfach nur langweilig ist, sehen wir einfach gleich wieder, wenn wir da hinten sind. So, erstmal die Droiden umbringen, diese Sicherheitsdroiden hier, und wir sammeln nochmal ganz schön weiter, die Sachen hier ein. Musik 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 So Leute, wir haben jetzt erstmal ja alles eingesammelt, und wir werden jetzt durch diese Tür jetzt hier gehen. Musik 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 Grafik auch eigentlich echt toll, wie man das hier, den Gang jetzt schon sieht. Natürlich haben wir auch noch hier Sachen, aber dafür brauchen wir hier kein Video. Und weiter geht's. So, hier hinten haben wir noch was. Das könnten wir gebrochen, wenn wir einen Astromech-Druiden dabei hätten, den wir aber leider nicht dabei haben. So, hier hinten haben wir noch ein paar Sachen, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben. Hm. Schade, ich dachte, wir würden jetzt hier was bekommen, aber es anscheinend nicht so gewesen ist. Dass da noch was drin war. Gehen wir einfach hier weg. Ja, boin. Na gut. Oh, klar. Oh. Ach, wir haben jetzt R2 zu. Das ist ja sehr gut, Leute. Ähm. Dann nehmen wir R2. So. Einmal hier öffnen. Und hier. Aber hier machen wir das für C3PO. So. So Leute, und wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir oben beim Kanzler natürlich angekommen sind. Bis gleich. Da sind wir heute beim Kanzler. Natürlich. Natürlich. Tschüss. 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 So Leute, das war's. Nun haben wir den mal endlich besiegt, diesen Count Dooku. Und wir können hier noch mal kurz alles einsammeln Leute. Glaube ich. Blob. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde die restlichen Türen hier noch öffnen, um nochmal genauer nachzuschauen, was hier überall drin ist. Deshalb brauchen wir nochmal R2. Und diese Szene mache ich jetzt einfach am besten. Oh. Ja, Mann. Ja. Ja. Ich denke mal, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Ja. So Leute, wir sind wieder auf der gleichen Position wie eben gerade und werden nun hier weitergehen. Richtung Kumano Brücke, Leute. Wo ich mal ganz ehrlich bin, die Kumano Brücke hier finde ich am besten. Hier brauchen wir natürlich R2, glaube ich, irgendwo. Oh, danke. Oh. 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 und wir sind auf der brücke die aber hässlich aus wieder einfach schon leute das geht überhaupt nicht stecken wir sehen uns dann gleich wieder wenn wir diese Brücke unter unserer Kontrolle haben bis gleich so leute und wir haben die Brücke unter unsere Kontrolle soweit gebracht und wir werden nun glaube ich mal diesen Kreuzerwahl mal landen glaube ich oder mal schauen was passiert wow wie echt das ist im film nicht als ganzes stück rausgekommen sondern als ne gut so 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 Leute wir sehen uns dann eben im nächsten let's play oder Video wieder bei euren live games und tschau